Was kommt denn jetzt? Was war ich denn los? Die kommen ja nochmal raus Alter Du lagst Bei mir Dem hast du kurz gelaggt Was ist passiert? Was ist mit euch denn falsch da hinten? So tschüss Schatze voll Und Let's go Ah hier ist eine Luftblase Du rennst aber weiter ne? Oh Wie geil Was denn? Hallo Geh mal an die Pilze Was passiert? Bin ich gefrieren Voll geil Bin aber nicht gefrieren Ah gut Reisen Was bin ich eigentlich für ein Name? Irgendwas mit Blood Twister Oder kann man das lesen? Ah da, Overclocker Oh fuck Oh man Oh wie süß Ich habe nie von denen gehört Aber der Name klingt göttlich Und dann wird das dumme Mist sicher Oh ich geh jetzt schon Wir müssen diese Verschmutzung stoppen Und die Zeit wird knapp Für den großen Besten war das neue Dallfabrik Aber wir sind hier auf Elpis Und da haben sich natürlich ein paar dreckiges Scavenger hier eingenistet Zeig keine Gnade Oh Wie geil Guck dir mal den Typen in der Luft an Der hat der Obermehl gelitten So wie du? Bumm Ah ja Ey da musst du wirklich mal mit allen Waffen spielen hier Ehrlich? Ja Ach komm wir spielen hier mit Ich steck mich mal mit kurz Geh mal kurz in die Luftslaser rein Weil mir das gerade eingefallen Ich hab doch noch neue Waffen Du machst das schon da ne? Ja klar Wow jung Ähm Du hast das schwer aufgeräumt Ich liebe das Geräusch von brechenden Knochen Klatzende Haut und Todesschreie Da spüre ich dass ich wirklich was bewirke Ja Oh nein Ich sterbe Dann stirb Ja ich sterbe Du machst das schon Verdammt Du eigentlich Ich wollte eigentlich die dahinter springen in so einen Raum rein Ja ich brauch keine Atmosphäre Ja Jetzt hab ich so ein Pilz zum Einfliegen gebracht Ach du scheiße Ja Da ist Wie ist der Typ eigentlich? Warum steht der Typ eigentlich immer die ganze Zeit rum und ich stehe hinter ihnen? Ja Weil da unten mein Foundclub ist Ja Deswegen Hallo Wow Warum hast du jetzt tot? Komm wieder zurück Bastard Irgendwer beobachtet mich Irgendwer beobachtet mich Ich spüre es War Vielleicht ein Stalker Ja Was soll da gut sein? Ja ich wollte gerade im Menü meine Waffe wechseln Wolltest du gar nicht Doch Nein Nein Ich wollte die nehmen Ah ist ne Pistole verdammt Naja Ach das ist eigentlich hin Um Ecke gegangen Man muss immer aufpassen und man hinspringt echt Jupp Aber mit dem Supersprung schafft man eigentlich einiges mittlerweile Ja Hey Was gibt es jetzt? Jawoll Hallo Du springst doch gleich ins Geschehen rein ne? Ich? Nö Du bist ins Geschehen gesprungen, ich nicht Oh wie geil ist das denn mit dem Sprung Ich hab doch gesagt du kannst aufladen und springen dabei Ah Ah wie soll Mal weitergehen ne? Na jetzt noch nicht Guck wir sind doch voll low level Ja Kriegst du den? Ja Aber nicht wenn er im Menütersprung Oh ich bin auch Mhm Hast du? Ja ja Na ja Warum hält der denn so viel aus der Wichser? D Hau Gschmieder Boah das ist der Wichser hier, der fette war dieser pisser hier krieg ja vor die mondsteine von den leuten ich glaube wir dürfen hier nicht die ganze zeit bleiben egal hier gäbe es einen mondstein ja wir sollten weiter kommen was gibt es jetzt so muss das sein jetzt ist offen jetzt nicht ich habe ich doch nicht gemacht ich bin gespannt was wir was gibt es gibt es gibt es bitte nicht wo das attacke und stein wie viele monsteine die noch gute dienste anbietet stimmt stopp nicht so weit geht nicht so kommen die kuppel rein ich will gerade mischen gucken ja hier ist mir noch eine kleine richtung da ist auch drüben was ist denn mit denen los hier ich glaube ich glaube unsere waffen sind wir noch zu schwach kommen wir gehen einfach weiter meine nase den freund von mir weg 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 von weg von mir hat von mir man muss das öfters einsetzen warte mond stein und stein und stein 21 stück wir können gleich kaufen gehen wieder 19 stück habe ich da wir in der stadt gegen auf jeden fall wieder einkaufen ja ja oh das ist